Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Itemshopwatches auf giltnews.de. Mein Name ist Eklis und ich stelle euch heute den Urzeitgeister-Schakal-Skin vor, oder im Englischen Primal Spirit Checker-Skin. Dieser kostet 2000 Edelsteine, hat vier Farbkanäle und ist wunderschön. Und das meine ich damit. Moment, ich sollte meine Tasten nicht doppelt belegen. Und das meine Tasten nicht doppelt belegen. Und das meine Tasten nicht doppelt belegen. Und das meine Tasten nicht doppelt belegen. Wie gesagt, 2000 Edelsteine kostet dieser Skin. Und beim Auf- und Ab-Mounten hinterlässt er ein Blumenfeld, was natürlich auch mit dem Farbkanal designbar ist. Ebenso seine Fußspuren. Was haltet ihr von diesem Skin Kritik zum Video gerne in die Kommentare und bis zur nächsten Ausgabe. Was haltet ihr mitere Probleme?